Yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es weiter mit dem CSGO Adventskalender. Es ist der 9. Dezember sozusagen. Tut mir leid, dass das Video von gestern erst heute online kommt, also einen Tag verspätet. Aber YouTube hat mal mit den Kommentaren wieder herumgespackt. Und dadurch ging es halt nicht bzw. würden dann nur die Hälfte der Kommentare zählen. Und das wollte ich halt eben nicht. Als kleine Entschädigung gibt es dafür einen vierten Preis. Und zwar ist der erste Preis eine P90 Chopper. Der zweite Preis wäre dann eine R8 Reboot. Der dritte Preis wäre eine Kalil IQ. Und als vierten Preis dann eine Max10 Neon Rider. Das wären die vier Preise für heute. Für die, die zum ersten Mal einschalten und auch mitmachen wollen bei meinem CSGO Adventskalender. Erster Link in der Videobeschreibung. Aber ich erkläre euch das nochmal anders, weil ich gemerkt habe, dass das nicht immer hinhaut. Also ihr schaut euch jetzt das Video an, geht in die Videobeschreibung. Der erste Link, da klickt ihr drauf. Hier erkläre ich in diesem Video, was es zu gewinnen gibt, was ihr so wie ihr teilnehmen könnt und noch ein paar Bonusinhalte. Aber ich empfehle euch, schaut euch das ganze Video an. Dann wisst ihr Bescheid, wie, was, wann und warum. Ein kleiner Spoiler, um teilzunehmen, müsst ihr mich abonnieren. Ich kann mich jetzt nicht selber abonnieren. Ihr müsst das Video liken. Und ihr müsst in die Kommentare schreiben. Desto mehr Kommentare ihr unter dem Video schreibt, desto höher ist eure Gewinnchance. So, das war mal zu dem. Dann würde ich auch gleich mal die vier Gewinner ziehen. Die von gestern setzen heute sozusagen ja einen Tag aus. Also die letzten Gewinner setzen ja einmal aus. So, der erste Preis war die P90. Die gewinnt Gunther Big. Ich hoffe, dass heute nicht allzu viele Reboot sind. So, geht's nicht mal an dich, Gunther Big. Zweiter Preis war dann die, äh, war der E8 Reboot. Der geht raus an LP mit Spike. Der war gestern auch nicht dabei. Geht's nicht an dich. Ah ja, falls ihr euch fragt, warum ich heute wieder auf dieser Webseite mache, ähm, dass hier einfach mal mehr Kommentare, also wirklich die Kommentare geladen werden, auch die, was nicht angezeigt werden unter dem Video. Die, äh, Website ist, sieht zwar, finde ich, im Vergleich zur anderen Websites scheiße aus, aber es geht einfach viel besser mit dieser Website, finde ich. Und die Kommentare werden auch viel schneller geladen. Und das finde ich nice, weil es dort normalerweise schon extrem lange. Aber egal. Der dritte Preis war dann die Galil ARA IQ. Die geht raus an den Hirn. It's Jode. Der war gestern auch nicht dabei. Oha. So öffnet sich das extra Fenster. Okay. Keine Ahnung. Hey, was ist hier jetzt los? So. Und der vierte Preis war dann die Make the Neon Rider. Die geht heute raus an den Philipp. So. Einmal GZ an euch 4. Und das Video von heute, sozusagen vom 10. Dezember, das werde ich jetzt dann, nachdem ich das Video bearbeitet, gerendert und abgeloadet habe, werde ich das nächste dann aufnehmen. Also könnt ihr noch circa 2-3 Stunden, nachdem, also nachdem ihr das Video guckt, 2-3 Stunden, sollte das nächste online kommen. Wenn alles klappt. Ansonsten liked mein Video, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir, ja, schreibt mir unter die Kommentare, wie gehypt ihr auf Weihnachten seid. Und abonniert meinen Kanal, wer es noch nicht getan hat, wer es schon getan hat. Könnt ihr sich ein zweites Profil erstellen und mich dann ein zweites Mal abonnieren. Ansonsten war es das dann auch mal für heute. Und ich sage Ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.